Digitalisierung ist der Zukunft. Es ermöglicht uns, eine klare Message zu haben, visuell und verbully zu haben. Es ist auf der einen Seite ein Zeitersparnis und wie gesagt auf der anderen Seite ein riesengroßes Tool oder eine große Chance, dass wir da ressourcenschonender arbeiten können. Wenn man alles digital auf einen Blick hat, kann man ja auch sehen, wie man mit den Ressourcen, die man vorhanden hat, nachhaltig umgehen kann. Ich denke, Digitalisierung kann wirklich die Hierarchie der aktuellen Fashion-Industrie verbreiten und es für alle mehr akzeptabel ist.